Na gut, dann, ja, gut, dass du mir das einmal anzeigst. Ja, dann machen wir mal die Nebenquests, hätte ich gesagt. Ja, dann machen wir mal das. Ja, das haben wir wenigstens das vielleicht erledigt, weil die Mission haben wir wenigstens gestartet. Wie bitte? Äh, nein, mach ein Pferdl. Da haben wir wenigstens auf dem Weg oder irgendwo eine Schnellreise, weil das ist aber nicht, apropos. 3500, wo geht es denn da überhaupt hin? Oh. Die Basis, uh. Zeig einmal nur her. Wo bringt, das ist vielleicht sogar gescheiter. Da zeig einmal her. Kartentechnisch. Ah, okay, wir müssen sowieso vorbei. Da haben wir das. Ah. Ah, ich hätte sowieso gesagt gehabt. Hauen wir sie einmal. Ja, machen wir mal die Mission. Ich brauche, ich brauche das Level. In dem Fall. Ja, dann haben wir mal definitiv einen Roadtrip vor uns. Also, markieren würde ich schon gerne die Mission. Es wird leihand. Dann zeigt er wenigstens unseren Büdl den Weg. Hey, 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 hey. Was ist los? Keine 3000 jetzt. Du kannst nicht zufällig schwimmen. Dann. Das. Das wäre mal wieder zu schön gewesen. Das wäre mal eindeutig zu schön gewesen. Ich hätte mir fast doch gehabt. Der kann vielleicht sogar schwimmen oder irgendwas. Oder es gibt einen Upgrade. Ich glaube sogar. Ich glaube, da wird es safe ein Upgrade geben. Dass du sogar schwimmen kannst mit dem Havara. Es wäre aber auch extrem praktisch. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Es wäre sehr, sehr praktisch. Aber ja, da ist ja wieder das. Da müssen wir halt storytechnisch mal wieder voranschreiten. Sonst kommt es da nicht weiter. Also, erstens einmal irgendwas mit unter Wasser. Und zweitens, dann gibt es vielleicht noch irgendein Gerät oder so. Das ist dann vielleicht wieder das nächste. Aber na gut. Dann schauen wir uns hier mal die Mission an. Vielleicht ein bisschen Story. Vielleicht, da können wir die relevante Stormy-Sonne. Aber wir haben da noch die ein oder andere Nebenquests. Aber auch noch vor uns. Also, ich will aber auch wieder nicht 100.000 Nebenquests starten. Und dann Angst haben, dass ich noch nicht bereit bin. Für die ganze Scheiße. Das ist auch wieder das nächste. Aber ja, schaut mal wieder hier gut aus. Weil ich da irgendwie das so vorbeireiten. Das wäre super. Also, glaube ich, so das Stickerl da. Das, glaube ich, können wir ausnutzen. Ähm, ja. War, ähm, der. Den Stickerl. Genau, den Stickerl wollte ich. Normalerweise zeigt er jetzt immer den Weg. Diesmal scheiße da drauf. Aber volle Wäsche. Weißt du jetzt nicht, ob das jetzt eine Abkürzung ist? Aber ich würde es feiern. Aha. Aha. Ich glaube, ich rette lieber mein Wetter. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Ich will einfach nur durch. Ich will einfach nur durch. Rehen. Rehen aber. Rehen. Fertal muss es warten. Soll er da wieder hierher kommen? Ja, genau. Hahaha. Sehr gut. Sind wir den Scheißdruck auch umgegangen? Sind wir den Scheißdruck wenigstens auch umgegangen? Richtig und richtig. Aber schön bist du. Aber alter, vorne noch so schön neblig. Regnerisch. Und das Ganze. Und hier schon wieder ganz, ganz anders. Auch ganz, ganz anders. He, he, he. Weiter, 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 weiter. Nicht stehen bleiben. Jetzt muss man nicht stehen bleiben. Alter. Jetzt wird's. Ich denke mir da, alter. Da, das, das und das, alter. Und die bleibt einfach stehen. Oder ist die komplett gebetet? Ah, da haben wir nur das Geschlieffene auch noch gehabt, gell? Oder ist das... Nein, 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 nein. Das ist schon wieder ganz, ganz woanders. Oder? Da hätten wir die Höhle. Oh, da waren wir schon. Da waren wir schon. Da kommt vielleicht wieder der Große daher. Das wär's. Freu' ich nicht unbedingt nochmal. Aber wir sollten definitiv einen gesunden Respekt haben vor dem Ort. Und wenn ich da wenigstens ein bisschen reiten könnte, ohne irgendwelche Probleme, würde ich das auch bevorzugen. Würde ich das sehr, sehr stark bevorzugen. Aber ich hab's nur das Gefühl, dass ich gleich hier komplett hopps. Geh. Weißt du was? Leck mir mal. Alter, scheiße rum. Du Reiter, Alter. Ich will auch von nur, ich will auch von nur, ich will auch von nur, ich will auch von nur von A nach B kommen. Ich will auch von nur von A nach B kommen. Mehr verlange ich gar nicht. Ich glaube, ich kann noch gar nicht mal so rumkommen. Einmal schauen. Oh ja, klettern kann's. Ja, Beinhard. Beinhard, hätte ich gesagt. Komplett hopp. Und wir gleiten einfach. Beinhard, Beinhard und die glatten einfach. Mhm. Oder wir brauchen die Höhe. So wie ich das jetzt sogar zu sich brauchen muss, vielleicht sogar. Da will ich jetzt gleiten, Alter. Geh scheißen. Ich gleite mich da jetzt ans Wecker. Aber interessantes Fleckerl. Ein Steinbrecher. Er muss die Osseram auf dem Weg hindurch angegriffen haben. Wollt grad sagen, so was denn das bitte für ein großer. Ja, der macht hier gleich mal auf Schaufler. Tega. Er macht hier auf Schaufler. Aber kämpfen will ich schon gegen ihn. Ja, wenn der mal noch wo bleiben könnte. Der bleibt ja nur da unten. Und wenn er sich mal zeigt, dann ist er gleich wieder verschwunden, der Hund. Er schaut mich schon so geschissen an. Ja, genau. Er hat gesagt, er schaut mich schon geschissen an. Wie willst du denn da ausweichen? Bei dir, Größe. Sei mir nett ab. Wo ist er? Wo ist er? Oh, da hat er mich jetzt aber schen gekriegt. Da hat er mich jetzt aber richtig schen gekriegt. Oh, das wär's. Ja, das wär definitiv nicht schlecht. Egal, was ist. Ich bevorzuge jetzt einfach alles. Hauptsache, überlebt die Scheiße. Ja, Große ist mir nicht wurscht. Aber auch richtig schwer auszweichen. Er war richtig schwer. Wieso habe ich das Gefühl, dass er gleich da irgendwo aufkreuzt. Ja, ein komisches Gefühl dabei. Er kreuzte das Safe-Leck auf. Äh. Das war ein sehr, sehr netter Versuch. Das wär jetzt ein sehr, sehr netter Versuch. Das wär's jetzt gewesen. Das ist aber auch. Das kann jetzt gut möglich sein, dass es wirklich da drin ist. Das ist ein sehr netter Versuch. Ah, bei dem Zimpfel da noch ziehen. Legt mir mal auf. Also so bei dem kleinen Haverer da, wo ich das auch nicht hab. Ja, genau. Ja, genau, weil das sind wie der Rockwitz persönlich. Ich hätte da gerne lieber mal eine Heilung. Aber, hi. Ich bin am Arsch. Ich bin ja richtig am Arsch. Was bist du denn, Typob, für einer? Auf jeden Fall, das kann ich schon mal. Das ist ein Kurzzeichen. Vielleicht sogar das eine oder andere spezielle Teil. Ich stehe auch den ganzen Tag da. Ist mir da wurscht. Das sagst du, wie es ist. Ja, da haben wir schon wieder so eine Suche. Ja. Oh, gleich mit erwischt den anderen. Sehr gut. Cheers, cheers. Aufpassen nur von der Seite. Der trifft dich sonst. Der trifft dich sonst. Hey, ja, wir sind nicht. Ich habe mal wieder Bock auf die Attacke. Komm mal her, Baby. Das macht mir einfach viel zu wenig Schaden. Aber ist halt cool irgendwie. Irgendwie ist die cool irgendwie. Denken wir so. Nein. Einfach nein. Aber wenn man die vielleicht auf episch hat, kann man, ja, kann die richtig geil sein. Die Maschinen bekommen Verstärkung. Geh, schlechte. Achso. War ja vorher eh schon da. Aha. Aufpassen. Aufpassen. Alter. Nur so ein Havara. Das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Müssen wir aufpassen. Ja, okay. Wir sind so ein kleines Steindal. Hast du recht. Sicher. Wenn wir auch noch so einmal so ein Steindal trifft. Bin ich. Super. Ja, aber ganz schnell. Einer weniger ist. Einer weniger. Ist da hinten. Ja, genau. Das ist eine Schwachstelle. Und Zweckbist. Nein, nein, nein. Komm. Komm, 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 komm. Nicht verkaufen. Sei nicht deppert. Fast. Uh, sogar auf Violett angelehnt. Alter, was ist in der Höhle hier los? Oder er hat gerufen. Kann vielleicht aus sein. Ich hoffe es nicht, dass er gerufen hat. Oder lasst mir wenigstens mal das ein oder andere gute Plätzchen nehmen. Passt. Ah, kommt schon wieder der nächste Havara. Gell, schlechte. Lasst mir jetzt auch mal ganz kurz. Ah, genau der letzte. Ah, das ist genau mein Glück. Genau der letzte, Alter. Das ist nicht euer Scheiß. Verfickter Ernst. Genau der letzte Hurensohn. Däger. Däger. Really. Jetzt kann ich jetzt recht wieder so herumscheißen, mitten herumklettern. Gut. Dafür wissen wir wenigstens, wie wir jetzt schon mal aufgekommen. Aber dennoch, na wohl das sah man nicht hab. Genau nur noch ein so ein Angriff. Es tut so dermaßen gerade in der Seele weh. Havara. Wie kann man nur so ein Hurensohn sein und dann noch angreifen. Und dann noch und noch und noch und geh immer und geh immer. Nee. Einfach auf ein neues. Einfach auf ein neues. Ich kann einfach nichts dazu sagen. Ein bisschen schleiten. Vielleicht kriege ich wenigstens. Und was, das wär's. Mit dem kann ich mir nichts anfangen. Äh. Aha. Okay. Weiß ich nicht. Ist das so quasi so eine Art Umwandlung? Oder wie? Oh, und wie ihr mich schon gesehen habt. Ich kann nicht da mal da irgendwie was machen. Ja, selbst das Viech läuft schon. Es gibt ja keinen, komm. Ja, kannst du vergessen. Guck. Einer da, aber ganz, ganz schnell. Aber ganz, ganz schnell. Einer da mit uns. Damit wir wenigstens noch ein Leben haben. Geht mal gar nicht. Brudi. Nee. Richtig reingeschissen, komm. Na, aber volle Wäsch. Aber volle Wäsch. Uns hat sie ja richtig reingeschissen. Na gut, ich würde mal ziehen. Es wär so schön, wenn jetzt alle mehr wären. Es wär jetzt, es wär jetzt richtig schön. Oh, da wird schon wieder mit Gift gearbeitet. Ja, ich würde mal ziehen. Einmal. Zwei Mal. Schwagstelle, komm. Komm, 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 komm. Schwagstelle. Die machen wir sich eh gegenseitig mehr. Das ist ja das Gute. Ab in Sauge. In Sauge, die. In Sauge. Ja, genau. Genau. So gefallen mir das. Irgendeiner wird mich safe jetzt attackieren. Huch. Die Chance nutze ich jetzt aber aus. Der gehört schon wieder. Die Maschinen bekommen Verstärkung. Mhm. Ich seh schon wieder. Mhm. Passt. Haben wir den wenigstens anerledigt. Boah, den können wir jetzt richtig schön geben. Ja, genau. Einmal. So ein Ding ist das. Ja, dabei hat sich noch keiner auf mich gestürzt. Das ist gut. Ja, ja, das wäre nicht schlecht. Coole neue Attacke. Heilung, 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 Heilung. Wir werden jetzt schon wieder den ganzen Weg gehen. Bis echt nichts zu sein. Hilf. Alter, gut zu wissen. Das hilft extrem. Ja, pack dir gleich mal den aus hier. Fick dich. Astia, ja, warte mal. Aufpassen. Aufpassen. Ich hab so das Gefühl, dass da noch einer kommen wird. Auf 31er Stil. Geht dir einfach mal auf Schaufler. Digger. Da, Alter, wie er... Er schaut einfach raus. Er schaut einfach raus. Was ist das? Was war denn das für eine Sche... Er schaut einfach raus. Das ist einfach Schauflein. Kopf ist einfach draußen. Digger. Geil. Ja, nicht schlecht. Oh, da haben wir was zum Sammeln. Oh je. Richtig. Und richtig. Wollte schon sagen, so. Vielleicht kann ich ja wieder was verwandeln. War aber schon mal nicht schlecht. Da haben wir gut sich gegönnt. Da haben wir... Da, da gönnen wir sich jetzt gerade. Da gibt es richtig gutes Zeug. Aber trotzdem, war fies. Der eine Angriff vorhin. Der war richtig fies. Schade. Schade, dass ich der Mai ergangen bin. Ich hab mich da so richtig bemüht gehabt. Richtig am Schwitzen gewesen. Dies, dies und das und dann. Ja. Trotzdem. Die Bemühungen teilweise. Du brauchst dich gar nicht bemühen, Digger. Bist eh schon am Arsch. So ungefähr. Meine Fokus empfängt immer noch ein Signal. Jetzt wollte ich mal kurz schauen. Vielleicht... Das ist da oder was? Nein, das ist... Nein, 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 nein. Das ist draußen bei dem Großen da. Nein. Nein, nein, nein. Kannst du schon essen gehen bei mir? Nein, 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 nein. So deppert bin ich nicht. Dort gehe ich fix den Tee. Ja, wieso nicht? Schauen wir mal rein. Könnte was Gutes sein. Und dann plötzlich was episches, legendäres. Na, aber hallo. Was haben wir denn da Schönes? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich kann mir das aber relativ gut forschen, dass das eigentlich quasi alles nur als... einmal als Durchgang gilt. Aber nein, 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 das geht eh dazu. Nur begeistert. Ich bin halt nur gespannt, weil da... Denkst du so, okay, passt, random nebenfest. Da kommt ja mal sowas Heftiges dabei raus. Das ist ja das Geile.